hallo und willkommen bei minecraft mario party mit maxi und jonas ich habe fast endlich die aufnahme zu spät gestartet und ich habe einfach nicht gewürfelt und soll ich sagen was ich durch automatische würfeln bekommen habe eine 6 verdient so also ich bin gerade mit den legendären mit den einzigartigen mario party hacker weil er in den videos war noch nicht aber er war schon mehr an streams und er hat eigentlich immer mario party gewonnen ich gebe mir nur ich habe ewig keine mario party gespielt aber jetzt kommt die belegen ausreden jetzt gewinnt er die runde einhändig geschafft ich auch schade hast das wasser nicht berühren zweiten geschafft ich mag das gar nicht was ich weiß wie sie sich immer hin und her bewegen ich habe es übrigens geschafft ich kann ich trotzdem nicht ich bin ich bin nicht mehr mein ziel ich musste nicht immer wieder schaffen um dorthin zu kommen und und okay habe ich ich habe das ich komme wieder ich mache erst mal take your back raus das wären 56 die aspekte hi jonas ich bin wieder da erster nice 14 platz so kann es starten für mich erste zu werden ich würde bestimmt eine 1 oder so ich würde auch nur zwei einzelne das dürfte doch passen also eine fünf mit drei fünf ich habe auch eine 3 ich will den mario party schlagen und eine 4 und eine 6 und eine 11 gut ich bin erster mit ein paar fälle vorsprung wo bin ich fünf fälle vorsprung ich bin siebter ich habe moment fünf fälle vorsprung vierter drachenflucht ja also ich musste den ersten sprung schafft und dann hast du gewonnen echt jetzt so war es bei so war es letzte runde mario party ist scheiße weil wenn ich denn ganz hinten bin und das ist wirklich so ist ich habe den ersten sprung geschafft und das hat geendet ach ja das habe ich auch im youtube video gesehen schade wurde anscheinend gefixt und ich bin erster glaube ich hi jonas ich bin auf dem schiff ich gehe über die planke wenn ich ehrlich bin probiere ich das ganz geschmeidig zu machen wo seid ihr hin ich sehe nicht mehr ich bin raus scheiße nein ich bin auch raus ich bin zweiter komm niemand darf mir überleben ich werde sonst dritter du bist vierter oder ich bin zweiter ja bei mir auch und ich konnte nicht rechtsklicken diese federn ne fünf ich hab wieder ne fünf weiter und ne drei sechs sieben acht ich hab jetzt den hack in anderen hack programmiert nämlich den hack damit man immer von einem beliebigen spieler die zahl würfelt ja und du also ich und ich und jonas haben immer wenn es nicht gerade eine bonus der bonus wo gefühl war immer die gleiche zahl ich habe acht felder vorsprung im moment oh shit schiegt dann oh gott kann ich kein stück besonders nicht mehr mir ist aufgefallen die Pfeile schießen als man irgendwie anders hab ich das Gefühl ja die fallen schneller runter finde ich traf ich überhaupt ach so ja ich hab bisher oh man fast die sounds sind immer komisch wenn man trifft ich bin eh nie mit ton nice ich hab nen zombie getötet zwei drei ich hab bis jetzt noch gar keinen ich bin übel schlecht jonas und ich sind allgemein nicht gut da drin in dem spiel nice ich hab nen zombie getötet und nen zweiten zombie ich bin auch nicht gut alter ich bin mir so fast würde ich überhaupt nichts treffen so kommt mir aber auch vor jaja ihr habt neunzehn junge alter bache bachy übertreib mal nicht ich schieße meine erste reihe oh ich bin erster lol ich bin neunzehnter ich konnte es gar nicht ich bin neunter ich kann das so gar nicht sagt ich ja eigentlich hatte ich einen bow aim an ja jonas hat seinen mario party hack wieder aktiviert gehabt ja und was hast du jonas guck kaum hat er sein hack aktiviert hab ich nur ne zwei ne drei nur durch sein scheiß hack alter voller hacker ja also ich würd sagen du gehst jetzt aus der wunde raus jonas okay tschüss nein bleib hier weiß ich ich bin auf der kaputten brücke ich hab nur noch vier felder vorsprung und die map will einfach gar nicht laden bei mir ich hab nur noch drei felder vorsprung minfeld nur noch drei felder vorsprung ich will ich will gegen den mario party hacka gewinnen weil er eigentlich immer gewonnen hat es ist jetzt mein geld wir haben zwei runden gestriert und zweimal hab ich gewonnen drei runden insgesamt drei runden und zwei hab ich aber gewonnen ja deswegen ist es mein einer weiß nicht dass ich verloren hab oder ja doch einen hab ich verloren deswegen ist es jetzt mein großes ziel gegen dich zu gewinnen mein lebenstraum ne weil alle sagen du bist der mario party hacker stimmt lesen wir manchmal in den kommentaren ich bin ich der mario party hacker alter wie laut ist das was haben wir schon gestorben ne neben mir ist einer explodiert alter ich bin grad im wasser ich bin hinterm wasser kürzer ne nein scheiße scheiße sagt mal nicht wah wer lol nein einer hat es schon geschafft gehabt das war ich mein spaß Die saure Erdbeere, hä? Lol. Aber ich laufe nochmal mit euch mit. Alter, ich war so kurz davor. Okay, ich hab's geschafft, okay. Nein! Oh Gott. Du bist eine Mine vorher gestorben? Ja. Ich dachte, ich kann das durchlaufen. Ist schon jemand Dritter? Nö. Alter, ich bin gerade wieder auf Weg zum Dritten. Wer ist gerade der Dritte? Weil ich probiere das gerade mit euch weiter. Nö, ich hab mich nochmal getötet, dass ich mitmachen kann. Ich hab ja schon den zweiten Platz sicher. Den zweiten? Nicht den ersten? Den zweiten. Die saure Erdbeere war vor mir. Mir ist nicht mehr aufgefallen. Ja. Bisschen unfair von dem, ne? Äh, die saure Erdbeere hat nichts. Ich bin hinterm Platz. Ich bin zweiter. Der Zweiter. Lol, bei mir steht auf. Du belegst den zweiten Platz. Hä? Aber du hast keinen extra Würfel. Nee, weiß nicht. Du belegst den Zweipunkt Platz. Fünf. Was hast du für einen? Vier. Ich hab nur fünf. Nice. Gut, also hab ich mindestens, ne? Ne zehn. Also, wir spielen ja wieder mit Schulnoten, ne? Also, ich hab jetzt ne Eins. So. Ich brauch nur noch 14 Felder. Das ist nicht nett. Und der hinter... Könntest du nochmal verlieren. Ne. Ich bin... Ich hab wieder acht Felder Vorsprung. Obwohl, das hab ich letztes Jahr wieder auf HALF gespielt. Ich hab acht Felder Vorsprung, komm schon. Manni, LP, HD, XD. Oh ja, Bach-Luke ist übrigens unten in der Bibelbeschreibung, falls ich dran denke. Falls nicht, gibt es einfach ein Bach-Ulke. LP, ne? Ne, so wird es geschrieben. Nein, so hieß ich damals. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. 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 Max, ich bin nämlich. Ich bin wieder auf die Linie. Ja. Gut, gut. Was? Du gehst auf den Strich? Ja. Geh ich. Macht Spaß. Ey. Lol, wie so viele verreckt sind. Oh Gott, oh Gott. Einfach hier lieb. Hier steht einfach mal eine. Jetzt ist sie weg. Okay, das tut mir leid. Oh, ich hab... Oh, in dem Springen hab ich's doch noch geschafft. Okay, das ist aber easy. Ich muss mich nicht kümmern. Komm, 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 komm. Oh, Uli. Max, ich lebe noch. Ja, ich lebe noch. Oh. Instant raus. Maxi ist Zweiter. Was? Ich lebe noch. Alter, sterb! Nein! Alter, wir drei. Da. Alter. Ach so, du warst das Flo? Ja, ich war der Letzte. Man. Ich hab da... Ich hab grad... Jonas, Dritter. Ich... Ne Zwei. Ne Zwei. Komm, Bonuswürfel. Sechs, sechs, sechs. Ich hab ne Zwei. Und noch ne Zwei. Ich hab das Gesamt ne Sieben. Das heißt, ich bin noch sieben Felder von Zielen entfernt. Gibt's irgendwas für Pashts? Ich hab Pashts. Was sollten die dafür geben? Ich bin Elfter. Ich bin Letzter. Ich bin Letzter. Noob. Ich bin Vierter. Ich bin einfach mal Letzter, Alter! Ich hab hier jetzt anstrengen. Minis war... Oh Gott. Das ist übel scheiße geworden. Ist der cool da und an oder aus? Äh, der dürfte auch sein. Ich fand's besser, als man nur dasselbe Equip bekommen konnte. Du weißt doch, Jonas. Als, äh, es die paar Standardsachen gab, die man bekommen konnte. Und pro Kisten dann klicken hast du was bekommen. Ach, das ist ja ja doch. Random, ne? Und du musst halt die nicht öffnen, ne? Ja, das fand ich damals viel viel besser. Weil jetzt ist es ja wirklich eigentlich nur noch Glück. Wer findet die Kisten mit dem besten Loot? Und ich find's auch kacke. Damals, glaub ich, an Anfang, wo Mario Party gab, äh, wenn man jemand getötet hat, sind die Sachen so gedroppt, oder? Ja, sind's auch jetzt auch nicht mehr. Und es... Aber was ich gut find, dass es jetzt auf Kills geht. Und ich hab einen. Erst geht's um Überleben und danach musst du die Kills machen. Ne Eisenachs, nice. Aber Eisenachs macht jetzt auch nicht so viel Schaden als wie ein Tierschwert, ne? Ja, eis... Normalerweise macht der ne Eisenachs mehr Schaden. Ja, wir können uns ja darauf händen ja schon mal ein Zuberein zurück. Wir könnten wieder eigentlich bald sogar eins machen. Oh, hallo. Ach, lass dich mal. Ey, wir könnten demnächst sogar wieder eigentlich so eins machen, weil, äh, der neuste Snapshot ist ja draußen von 1.10, ne? Magst du mir bist du schon raus? Nee. Scheiß, ich hab zwei Kill. Und ich bin so gut wie dat'n fucking Eisen. Oh, easy. Da steht oben eine AFK, sind Yoshi. Ja, stimmt. Ich seh'n auch. Jonas! Haha. Ich hab'n Eisenbrustpanzer. Aber der bringt, glaub' ich, auch nicht so viel, oder? Oh! Nein! Die Schmerzen? Ein oder ein halbes Herz. Ist er der letzte Überlebende? Ne, da lebt noch, äh, zwei AFK. Wie kommt man da hoch? Den wirst du da oben hin teleportiert. Nein. Wenn du, ähm, in die Arena betritt, wenn das Spiel beginnt. Wo ist Max mehr hin? Bleib einfach in der Mitte. Es geht eh nicht mehr um die Mitte. Es geht eh nicht mehr um die Mitte. DJ, erster. Lol, Maxi hat auch gecampt. Hä, nein. Ich bin so, ich bin dritter. Maxi. Ich bin grad aus dem Haus rausgegangen, um zu gucken, ob da ne Kiste, oder, weil da keine Kiste drin war. Du hast einfach nur überlebt und bist dadurch Zweiter geworden. Ja, meine ich. Ich hab grad nach Kisten gesucht noch. Also ne, ne Fünf und ne Fünf. Ich hab nur zehn. Ich auch. Ja, okay, du hast es gewonnen. Ich bin dritter, aber ich guck mal, ich bin dritter. Ich bin siebter. Ich bin jetzt wieder siebter. Nice. Huzo. Huzo. Ja, ich bin dritter. Huzo. 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 Easy World. Ich bin siebter, das reicht mir sehr. Lutsch meinen. Nein, Flo. Äh, meinen Knopf. Finger. Meinen Finger. Da ist Schokolade dran. Will aber nicht eins. Aber guck mal, wenigstens bin ich auf der Top 3. Das reicht mir schon. Jo, dann würd ich sagen. Ich bin auf der Top 7. Nö, ist euch gar nicht rein. Dann würd ich sagen, war's das für die Folge. Haut rein, guckt bei Bach Ulke vorbei. Beziehungsweise Jonas. Und schaut die Battles. Ja, schaut die Battles von mir und von ihm. Ich bin ja mit den Sneaken-Maxim-Team und Jonas mit. Alleine. Mit Money, LP, HD, D. Dann würd ich sagen, war's das für die Folge. Haut rein, lasst zwei Likes da und tschau tschau. Tschau. Tschüss. Molt rein. Tschüss. Vielen Dank.